halli hallo hallöchen mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu liebe freunde ja und wieder mit valhalla genau und wieder mit am start ist der liebe nero der sergeant möller gaming der dynamo und natürlich ich der onkel genau und ja das ganze ist heute live stream auf youtube also das heißt wenn qualitäten etwas schlechter sind dann liegt das einfach nur daran dass es eine live stream aufzeichnung beziehungsweise aufnahme ist und ja wir wollen heute einen drachen zähmen das wurde jetzt gerade entschieden hier sogar jan schreibt hier in den chat drache ist er anstatt die man mit hier reinkommen und helfen aber nein alle in chat wir sollen ein drachen zähmen okay ich brauche glaube ich dazu noch ein paar narkotik pfeile klasse also zähmen wir jetzt ein drach oder was footmo schreibt aber jeder drach bewegt sich ja deshalb ist es und definierbar aber meist findet man den drachen im norden armselig was armselig rock soja der dynamo der wird natürlich noch noch mit dynamo sein schon der noxie wird er können ja mal ganz was nicht wieder an machen bitte ich muss mir selber meine fackel suchen schnell irgendwo hier hier oben ist ein fackelschrank ach so okay wir haben die fackelschrank ja wie gesagt ich habe die hier hinten nein doch hier so verließe aber auch vertreten ja aber das ist bloß eine normale denke ich mal was sie gibt es noch andere fackeln ja ja soundtechnisch hat mir ja eigentlich schon die samenbank rechts daneben was soll doch mal wieder anschalten ja das sind doch auch ganz normale fackeln ja schau mal was das für fackeln sind ja hatten nämlich mal irgendwie abgefuckte fackeln wie gesagt ich habe mal den smithy entzmüllt okay so jetzt sind wir natürlich trotzdem ja jetzt muss ich aber wieder das inventar anschalten weil da sehe ich nichts die fünf so fühlen wir uns gleich mal noch das getränke ding an ich muss sagen dazu ich bin seit der letzten aufnahme die ihr ja noch gar nicht gesehen habt das warum bist du denn verboten die letzte aufnahme wo ich meinen dino gepackt habe bin ich gestorben aber die aufnahme hat doch noch gar nicht gesehen ich kommt ja noch auf youtube 50 das dürfte reichen ja und wir warten trotzdem noch bis hell ist oder weil bei gott dieses voll sich zu ebisch aus ja ampel das fährt ja sogar das schiff damit mit fernbedienung das ist unser piraten schiff du bist in mich reingefahren junge ich komme immer raus ich bin ich jetzt ich bin raus ich brauche man kann hier aber auch nicht mehr die anzeigen anleiten ist ganz nichts passiert außer grüner schrift armselig die begrüßung ja rewan ist halt nicht da und noch sie ist nicht da aber die anderen haben es doch ganz gut gemacht natürlich ist natürlich ist da hat oder sagt wieder sehr zurückhaltend da macht ihr sowas nicht ich muss man halt das schiff das schiff sieht aus wie ein panzer schreibt aber kommen hey das ist also du hast wie wir jetzt willst du mal jemanden geschrieben ich glaube es waren die kommentare oder war das nehmen lässt du war das definitiv nicht in die kommentare stand drunter du hast das bestmögliche daraus gebaut da hat es jemand gesagt im chat in der aufnahme ich weiß gar nicht mehr es ist noch nicht fertig um probieren so okay wir haben es wieder hell dann werde ich mal reichen 50 narko wir kommen wir machen jetzt einfach mal ihr risiko wir wollen ja ein bisschen was bieten heute zum live streamen so in panzer so okay sergeant ja wo bist du achten du fliegst ja schon davon richtig reich ich war doch mal war das nicht hier und die in die richtung nach rechts oder drei aber wir wollen ja drachen wir wollen ja drachen wir wollen ja gar kein richtung bei einer hütte hilfst du uns mit oder was selbstverständlich okay gut ich dachte jetzt schon wir sind jetzt komplett alleine gelassen weil ja nero eigentlich voll der gegner von großen dinos themen ist aber wir haben naja hast du das letzte mal bewiesen aber vielleicht hätten wir vielleicht dinos nehmen sollen die nicht uns am herzen liegen aber naja gut so ich habe auf jeden fall schon schön ein bisschen den gepimpt hier im level weil wo ich vor uns live stream test gemacht hat er richtig viele levels gehabt ich überhole sogar ein satschen oh jetzt ruckelt es aber ganz schön ja totalen deswegen hast du mich überholt ich habe jetzt gerade hier einen totalen leck also bei mir hängt jetzt spiel komplett ich trinke jetzt mal vorgeflogen ich kann auch noch warten ich werde meinen vogel definitiv weit weg packen du musst einen tragen wahrscheinlich gibt es noch kein neues hühnchen der patch ist noch nicht gelieft was gibt es eigentlich eine mod für schiffe bauen ich höre hier schon trampeln das ist eine sehr gute frage nach die als ich es gibt ja diese piraten mod ich weiß nicht ob du das was beinhaltet darin naja geraten wird so ich bin ja dorthin auf dem weg um euch zu finden ja deswegen lasse ich ihn auch so ich setze mich mal hier nieder ja schiff mit gibt es früten vielleicht sollte man die liebe jan muss dann vielleicht noch mal ran wenn sowas gibt weil der liebe die namen möchte sein schiff bauen und man kann linie muss und dies da ist noch gar nicht auswerten noch mal drüber gebetet was verdammt er ist der erste treppen und diese runden was ich auch sehr interessant was ich auch sehr interessant finde ist die glas mod so bist du denn wir warten hier bei dem lilan punkt ja sorry ich habe halt kein gepimpt 100 irgendwas sagt bloß du kommst mit dem hässlichen adler nein hört ja eigentlich alle gut könnt ihr ganz kurz ja hört ihr uns alle gut also ist lautstärke mäßig alles okay das könnte mal feedback geben weil das habe ich natürlich vorher natürlich noch nicht eingestellt ich habe das einfach so gelassen vielleicht nehme ich das mal kurz gerade nicht bei euch immer noch dynamo von was redest du grad aber da war nirgends wurden dass wir erwarten nicht da ja ich bin da selbst bewusst weg also ich bin nicht ich bin über dir dass ich nur hinten ist auch gelb wo seid ihr denn welche richtung seite geflogen wir sind ungefähr weil sie einen kleinen eis ding in der mitte das 42 42 50 oh man hört nur wenig vom ingame sound okay das immer fall alles zu den sachen tun mir ist nur die piraten welt bekannt ja das meine ich ja das total konversion mit mit anderen bauteilen ja die habe ich auch drauf aber ich habe es aber nicht probiert die mit mir die piraten mit da geraten mutter kann man sich in irgendwie schiffe kaufen oder so habe ich mal gesehen ja zusammen das wird langsam langweilig wo bleibt er denn jetzt der näher auch okay in games und kann ich lauter drehen ist kein problem aber stars nicht zu laut drin ist die aufnahme marsch ich muss ja daran denken dass ich ja mit einem anderen aufnahmeprogramm normalerweise aufnehmen war ja ja ich hoffe dass flaps hier doch ein paar levels steigend ja ich habe bekommen was ausgerichtet Autopilot fliegt ich nehme mich zurück so muss sein die stuart ist sehr gut okay ich gehe nicht hier rum wahnsinn so wir machen jetzt die strecke ich bin müde wir kümmern uns gerade mal um geyserisch pc was ist damit geyserisch pc weil noxie ist ohne nicht da der kleine schmock ich gucke ich gucke mal jetzt gerade mal kurz aufs handy siehst du whatsapp nachricht damit bestimmt noch sie geschrieben haben ach er guckt bissel zusage schreibt er sie es schreibt was ist denn nur schreibt es ist das würde ich sagen ja es ist warum bist du nicht dabei wir haben uns heute alle auf dich gefreut nur auf dich wir machen nur den live stream wegen dir und du bist nicht dabei jungs wo seid ihr ja wir sind hier am airdrop ja was für ein sehr kein mehr an dem der weg ist wo bist du denn auf dem berg welchen berg wir sind wir sind in einem tal ja was denn nur berg oder tal ich bin ja bei euch jetzt das ist aber auch ein neuer dino hier den ich gerade habe ein galli minus krass das neu was macht denn der da sich fest die gehen auf mich los die dinos galini muss ist nicht aggressiv ist das süß bist du irgendwie auf weißen berg also ich sehe habe jetzt gerade hier vorne wer ist denn das hier vorne ich sehe satschen und ich sehe die namen und dann wird alles los mit euch steigt mal auf fliegt mal los und sehe ich fest wo ihr seid was ist denn das von berg den du bist ich bin über den berg kommen übers grüne zahlen lang so blöd das so blöd siehst du eigentlich auch vom ding zu ich bin doch ich bin doch noch festgepackt auch verdammt dynamo ist ich bin jetzt ein sattel weg nehmen noch mal nicht ich bin hier gerade festgepackt gerade scheiße Prozent wichtig jetzt fallen das bist du tot ja um die mitte könnte man muss nicht zu finden wird es hilft in den flugzeug wird ich kann mich nicht bewegen alles zu können nein für mich kann es nur schauen wie zu schwer du bist zu schwer genau das kann sein bin ich zu schwer das muss aber die lokale höhe eigentlich genau an der grenze eigentlich muss ich noch mal landen können könnte mal jemand und dynamo fliegen ich habe genau da wurde jetzt gesagt was losgelassen hat jetzt gesagt dann habe ich noch was losgelassen verdammt warte ich bleib mal hier bin ich bin ich hole mal dynamo her ja warte mal ja also mit der jetzt meint es eigentlich gar nicht ne warte mal welche Richtung warte überhaupt ne fliegt mal jemand anders nach Hause ich verlaufe mich bloß gut dann bleibt ihr hier ach ja das ist ja wieder mal so ein super start ey ach geil noxy kommt in 10 bis 15 minuten schreibt er mir gerade sehr schön ach wahnsinn ey scheiße da ist er wieder richtig verkackt gerade das ist wieder mal so ein anfang so ein epischer anfang wenn wir was wenn wir was planen dann geht irgendwie alles in die hose so ist scheiß warte du rückst du auf die pelle was denn was ist denn los was ist denn ich habe eine spitzhacke dabei mein freund ja episch absolut episch hör auf du willst mich nur wieder töten hör auf so wo stehst du auf dem turm boah wie es ruckelt ey das ist ja wahnsinn nein ja ich wollte nur wenden ach so mein gott das sah so aus ob du dort hinten hin fliegst habe ich dir gehabt nein mit einer anleitung ist das viel leichter äh wo ist denn der dünner wo jetzt einen verlisten der jetzt da mal dass ich ihn töten kann zeig die base sagt er gerade wir sind doch gerade davon hergekommen der liebe max ach max hallo ja super dass du auch dabei bist äh ich habe keine ahnung wo jetzt unsere base ist ach das soll man bestimmt dann noch machen richtig der stream geht noch ein paar stunden der hat ja gerade erst angefangen ohne ein paar aber ich habe was mich gerade ein bisschen stört ich habe keine äh äh keine ähm ähm äh dingens keine dingens keine zuschaueranzahlen oder so ich sehe das nicht warum nicht warum nicht warum das nicht warum tust du das kannst mal nach unten gucken dynamo ob es da irgendwo sicher ist weil ich muss langsam mal runter das müsste das müsste sicher sein unter uns das müsste sicher sein unter uns so hau mal los das ist nichts okay ja sechs bis sieben zuschauer ist doch so wie warum sehe ich das hier nicht sind wir schon weg wir haben sogar komplett zurück geschafft normalerweise wollte auch riva nur heute zuschauen aber ich habe keine ahnung wo er ist was ist mit dem harspupps die heute schon wieder es sind sieben was ist sind sieben sieben zuschauer erst mal viel pause machen okay melder ist wieder da äh dynamo ist wieder da sechs ja ja die nehmung wieder ab aber wieder zu habe ich mich so völlig gefunden also ich habe heute den wunsch gekriegt dass ich doch mal äh dingens streamen soll fallout 4 ich habe das zwar nicht mehr als singleplayer projekt drin aber ich werde diesen wunsch natürlich befolgen ich bin natürlich euer sklave liebe zuschauer dann wird bestimmt in der nächsten zeit mein fallout stream kommen auf youtube ich muss sagen es macht mir echt mega bock auf youtube zu streamen weil damit auch reiche ich euch gleich direkt da kriegt ihr das immer gleich angezeigt das freut mich so sehr dass das jetzt funktioniert und was ich auf jeden fall schon mal voraussagen kann ist dass der nächste live stream von ark auf einem anderen kanal sein wird also entweder auf entweder auf noxi oder revano keine ahnung wer da halt eben da ist und ja es wird auf jeden fall geil freu ich mich schon drauf Untertitelung des ZDF, 2020